Willkommen zu einer neuen Folge Prison Architekt Und zuletzt haben wir ganz viel Quatsch gemacht, von dem ich jetzt schon nicht mehr weiß, was es war, aber wir haben es getan Und es sieht da jetzt so aus, dass Prison Architekt erneut geupgradet wurde Naja, nicht geupgradet wurde, sondern es gab ein Update Und das ist jetzt die Alpha 34, glaube ich, raus Und es gibt im Grunde zwei neue Features Ein relativ großes, von dem der erste Teil momentan nur drin ist Und einen neuen Raum Der neue Raum ist der Laden Ja, ganz einfach übersetzt Es ist einfach ein Supermarkt im Gefängnis Wo die Leute, also die Gefangenen sich Sachen kaufen können Und da findet ihr das nächste Feature Die Gefangenen haben jetzt auch Knete Seht ihr, kann man das irgendwo sehen? Kann man irgendwo sehen, wie viel Geld sie haben? Äh, ist auch egal Die haben jetzt auf jeden Fall Geld Verdienen auch Geld, wenn sie arbeiten gehen Wenn ich es richtig im Kopf habe 50 Cent pro Stunde Und Ähm, es sieht jetzt so aus, dass Ähm, sie sich damit halt Geld Äh, Sachen kaufen können So wie Snacks oder so Also was die auch Was die auch essen oder trinken können Wenn die mal irgendwie welche Bedürfnisse haben Sodass die Bedürfnisse etwas abgeschlecht werden Du sollst da draufklicken Also keine Ahnung, ne? Und ähm, es ist halt auch so, dass Ähm, die halt dadurch, dass die Besuch bekommen Auch Geld bekommen Sodass man sich auch schlussendlich irgendwie Geld damit verdient Damit verdient So, ähm Äh, des Weiteren Gab es noch ein weiteres nettes Update Nämlich Soweit ich das jetzt verstanden habe Sind die ganzen Betten hier In der Solid Also in der Holding Cell Werden jetzt auch hier oben mit zugerechnet Sodass, ähm Man quasi jetzt auch einfach riesengroße Holding Cellen machen könnte Und die hier trotzdem zugerechnet werden Sodass man weiß, wie viele Ähm Betten man zur Verfügung hat für Gefangene Also wie viele Leute bei euch hier auch schlafen können So Ähm Das nächste Update, das ich festgestellt habe Ist Das, das ich euch hier nicht zeigen kann Dazu müsste ich In ein neues Gefängnis gehen Weil ich noch nicht so weit bin Weswegen ich das wahrscheinlich erst in der nächsten Folge mache Äh, und euch das Update zeige Ähm Aber Ich bin der Meinung, dass wir momentan kein Geld haben Und deswegen vorspulen müssen Und, äh, joa Das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch dazu sagen kann Muss man eben in die Programme gucken Welche Programme habe ich noch nicht Trainingslehrgang Taser Hätte ich aber gerne Wird zwar arschteuer Aber dann haben meine Leute Taser Ne? Wie sieht es in der Vorstellung aus? Haben sie auch alles, das ist gut Hier bin ich ja schon relativ weit Immerhin Nachher gibt es auch richtig Knete Mit den neuen 25 Gefangenen Finde ich gut Die freuen sich da wahrscheinlich auch drüber Wahrscheinlich eher so nicht Dann müssen sie nämlich ins Gefängnis Aber es geht hier ums Prinzip Und wir müssen halt uns jetzt Als nächstes darum kümmern, dass der ganze Quatsch hier fertig wird Wahrscheinlich werde ich den hier als nächstes machen Ich muss außerdem eigentlich mal eben nochmal in die Logistik gucken Wie das jetzt mit der Essensverteilung ist So klappt das noch Ungeblich Ungeblich sollte das funktionieren mit den beiden Ja gut, nee, ähm Es geht mir aber eigentlich darum, dass Diese Kantine ja bisher noch nicht genutzt wird Und Dass wir momentan eigentlich auch nicht das Geld haben, um neuen Quatsch zu machen Aber ich werde mich wahrscheinlich darum kümmern Ähm Ich weiß nicht, ob es neue Subventionen gibt für Ähm Den Es werden doch drei Stück versteckt Ja, wahrscheinlich Zellenblocker D und E noch auf jeden Fall Ähm Und noch irgendeins Nee, aber es geht mir darum, dass ich nicht weiß Ob es jetzt für eine neue Subvention nur für den Laden gibt Oder ob der irgendwo mit reingefügt wurde Ähm Weswegen ich euch da jetzt auch nicht wirklich viel zu sagen kann Aber ich möchte ja wohl langsam Die werden jetzt hier alle brav durchsucht Ich sollte vielleicht auch neue Personalmenschen einstellen Und ich sollte mich dann wirklich darum kümmern, dass ich Hunde und schwere Ähm Leute bekomme Sodass ich mich jetzt darum mühe Hier erstmal Zaun zu bauen Bis Ähm Hier Und das gleiche ich hier auch mache Dass hier quasi der Hundezinger hinkommt Und Aaaaah, ich wurde von irgendwas gestochen Also wenn ihr irgendwie Vögel oder so im Hintergrund hört, tut mir leid Ähm Das Spiel hängt gerade Wieso hängt das Spiel gerade? Ähm Dann Dann liegt das daran, dass ich sehr weit im Wald wohne und es momentan arschwarm ist Und ich gerade keine Lust habe, ehrlich gesagt Ähm In irgendeiner Weise Ähm Mich der Hitze auszusetzen Oh fuck ist das Das tut weh, ein wenig Der muss gar nicht dahin eigentlich Der muss gar nicht dahin eigentlich Der muss auch abgerissen werden, wenn ich setze die Mauer Hier Und dann Und dann Keine Ahnung, wie ich das genau mache Muss ich nochmal überlegen So Auf jeden Fall Irgendwie so Ja Da ich das jetzt schon weiß Abbreiten Mauer ziehen Mauer ziehen Wie sieht das hier aber kleiner aus, oder? Hier sind's Hier sind's Okay, okay Dann geht ab Das sollte nicht so gemacht werden, aber okay Ähm Boah So Ähm, den Hundezwinger kann ich ja schon mal einrichten Oder deklarieren, oder wie auch immer ich's immer nenne Ähm Mit ein paar netten Türen hier rein So wie hier auch Und Mal schon mal in die zwei Hundeboxen rein Und Schon mal zwei Hunde holen So Und dann kann ich die an sich auch schon mal patrouillieren lassen An sich sollte ich das wahrscheinlich direkt hier am Anfang machen Einmal über diesen Bereich komplett So Und Räume über diesen Bereich komplett Und Räume über diesen Bereich komplett Da kann ich noch fehlen, wie ihr wisst Oder wie ihr seht Oder wie auch immer So Und da kommt dann das erste schwere Ding rein Und dann werde ich jetzt hier Zwei schwere Gefängnistüren hin machen Damit ich den Bereich hier komplett sperren kann Dass hier wirklich nur Personal rein darf Klingt plausibel, oder? Gut Das war nämlich der Plan dahinter Wie ihr seht habe ich schon wieder mal kein Geld Es kommt ja häufiger vor bei mir Traurigerweise Ähm Wie sieht's eigentlich mit dem Paralleling aus Von wegen vorzeitiger Anhänger 17 Wartstunden Eine Warte schon lange Was müssen die nochmal erreichen Was habe ich eingestellt Irgendwie 15% Ja 15% Ja damit kann Das wird witzig Das kann man mal machen So 25% 25% Gefangene kann ich nicht nochmal aufnehmen Würde ich zwar gerne Kann ich machen Tut mir leid Ah der Raum ist fertig Das ist schön Kann ich den zumindest schon mal Einrichten Als Rüstkammer Und ich kann dafür sorgen Dass Stationierung Nur für Personal ist Das klingt doch schon mal gut So außerdem sollte ich vielleicht hier wirklich mal einen stationieren Diesen Bereich zumindest Würde ich hier oben ja auch schon gerne tun Aber da habe ich halt noch nicht die Mauern und so weiter So Reformierungsprogramm Und ich bin im Minus Aber die fangen ja schon zu arbeiten Oh ich habe Ach ne Ich habe gerade gedacht das wäre ein Zufall Ah die Texturen wurden verändert Das sehe ich jetzt erst Hier jetzt sieht man hier sogar wirklich Ziffern drauf Und die sehen jetzt auch anders Was ist das eigentlich Was ist das eigentlich Was ist das eigentlich Was ist das eigentlich Ich glaube auch Das haben sie schön gemacht Das sieht gut aus Was wird mit mir Was ist das eigentlich Was ist das eigentlich Was ist das eigentlich Was ist das eigentlich Wie viel Geld die haben Ja hier Da sieht man es Der hat jetzt 4-5 Euro Du wärst jetzt Entschuld Sorry Bro Ist selber schuld Du hast eine Schere gehabt Da koste ich 4 Stunden in der Isolation So aber das finde ich gut Dass sich die Texturen verändert haben Sieht besser aus wie ich finde Aber Ähm Joa Ein bisschen Kreuz haben sie jetzt hier wieder Ein bisschen Knete steht hier wieder Ich habe halt noch nicht so viele Die bei der Sicherheitsunterweisung arbeiten Aber wenn ich das Kann das wohl sein Ah sie sind 14 von 19 haben bestanden Das ist eigentlich keine schlechte Quote sogar Jetzt gibt es erstmal Mittagessen Wie geht es mit der Tagesplanung eigentlich aus? So ist schon Arbeit Ist schon durch mit kompletten Arbeiten? Ich habe doch nichts an Geld gekriegt Was soll der Quatsch denn jetzt? Hm Schlecht Das finde ich ja nicht so gut Ah jetzt ein bisschen noch Naja viel ist das jetzt auch nicht Aber trotzdem So wollen wir eben Kabel durchziehen Kann ich hier auch irgendwo machen Und dann brauche ich jetzt einen Tisch Da ist der schon prädestiniert Äh Ein Waffenständer Und eigentlich zwei Spindel Die ich aber noch nicht bauen kann Weil ich kein Geld habe So und dann brauche ich nochmal 3000 Geld Damit ich die Leute überhaupt einstecken kann Klingt doch gut oder? Finde ich auch So Holz Wie sieht es hier aus? Hier habe ich kein Holz Bäume sind am Backpflanzen Das ist doch Gerade Geldtechnisch ein wenig schwierig Muss ich ja jetzt mal so sagen Kriege ich auch kein Geld mehr Weil ich die Ausbildung und so weiter machen muss Das ist doof Das ist doof Ah Hier Elektroschopper Und Körperpanzer Oh wow wow Ja mhm Leute ich habe kein Geld mehr Das wisst ihr aber schon oder? Krass Die sind jetzt auf jeden Fall besser gepanzert alle Reichenweise Alter das war teuer Ich habe doch schon kein Geld Oh man Und hier habe ich vielleicht Keine Ahnung 3000 liegen Vielleicht Und das ist nichts Wie man sieht Wie sieht es mit der Grund- und Allgemeinbildung aus? Wie weit sind die denn da? Grundbildung Da sind niemand interessiert Da kann es noch keiner machen Ja Ist halt gerade etwas ärgerlich Weil kein Geld und so Und hier bin ich zwar bei Aber das dauert jetzt noch ein gutes Stückchen länger Ich bräuchte alleine an Stunden Also an Tagesstunden Bräuchte ich zwei Tage um das Geld wieder reinzukriegen Ja Sonst könnte wohl interessant werden Und? Es bricht wer aus Try it Bitch Wie viel sind denn das? Eins, zwei, drei, vier Gut, es sind zu viele Ich habe nur vier Aber es werden direkt ein paar werden ja Einer wird ausgenockt direkt Oh Fertig Eats Muss ich erstmal eine Razzia starten eigentlich gleich Damit ich herausfinde von wo die kamen Oh, fünf Leute aber schonmal Weck gesteckt Zehn Stunden Illisierung Ach, zehn Stunden Fuck Alter, von wo haben die sich denn durchgebuddelt? Verkastet Das hier mal, das ist dreist Das ist wirklich dreist Aber okay Das war jetzt nicht das Problem wie man sieht Aber wie viel quatsch ich auch finde, ne? Was passiert, wenn ich nicht so oft diese Razzien mache? Leute brechen aus Ich finde viel zu viel Quatsch Das ist ja abnormal Ich habe ja gleich niemanden mehr, der arbeiten darf Ah, neue Elektroschocker Das ist ja nicht so, als wenn ich schon jetzt kein Geld mehr hatte Sonst tue es Auf jeden Fall werden ganz schön viele in Einzelhaft geschehen Joa, 37 Stück Das ist einmal das halbe Gefängnis gefühlt So viele Plätze habe ich gar nicht Ich habe 4, 8, 22, es geht sogar, 22 Plätze Das ist okay Vollkommen Habe ich denn wegen der alle Zellen schon durchsucht nicht, dass ich jetzt noch irgendwo einen Tunnel finde Weil das wird so schön arschteuer, den Tunnel wieder aufzufüllen Das müsst ihr euch mal reinziehen Ich muss ein Minimum 2.000er bezahlen Ah ne 1.000er 1.000er kostet Alter, Alter Oh, da wurde einer vorzeitig entlassen Oho, wie kommt das denn? Das kommt auch nicht wirklich häufig vor Ist der hier bei? Das freut mich Irgendwer wurde vorzeitig entlassen Das gibt Geld Wie man gesehen hat Solange der nicht rückfällig wird Oh, und hier gibt es nochmal einen Stapel von 36 Holz Gibt auch nochmal Geld So, und jetzt sollen sie arbeiten gehen Am besten so viele in der Sicherheitsunterweisung wie nur möglich Das ist einer Wow Der Rest ist in der Giftzelle Top Ah, es kommt noch einer Darf der arbeiten? Oder muss der noch unterweisen? Oh, der rennt nur durch Ja, wo will der denn hin? Ah, hier arbeiten Was hat der da eigentlich für ein Buch in der Hand? Egal, der kriegt Geld Kriegen alle Geld, ich brauche einen Laden Eigentlich Weil dieses Geld, was die jetzt bekommen Das wird mir automatisch von meinem Cashflow Tagescashflow abgezwackt Kann ich euch wohl mal sagen Was ist das? 5 Euro, 5 Euro Wenn ich es nämlich nicht weiß, kostet jedes Ding im Laden 5 Euro übrigens Egal was es ist Weswegen man relativ schnell das Geld sogar wieder rein bekommt Und wie man sieht ist meine Produktion eigentlich darauf ausgelegt, dass ich Holz habe Aber ich habe momentan nicht so viel Holz Ist aber auch nicht schlimm ehrlich gesagt Ich sollte vielleicht zwei Tische sägen Wenn wir umenden müssen Wie Damit ich noch mehr Geld kriege Also nochmal gucken Wobei so viele Gäste stehen Das liegt hier gerade Liegt hier irgendwo Holz Eine 25 Die bringen aber eigentlich nicht viel Die geben 10 pro Stück Das ist nicht viel Deswegen ich eigentlich auch auf Holz ausgelegt bin Aber so ein bisschen nebenbei ist immer nett Immer so Aber Indem ich jetzt am Ende der Folge nichts mehr gemacht habe Verabschiede ich mich hier schon Sage danke fürs zugucken Und wir sehen uns beim nächsten Mal Hasta la vista Tschüss